Tu deinem Körper Gutes, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen. Ihre traditionelle Thai-Massage in Egelsbach. Lassen Sie sich bei uns verwöhnen und erholen Sie sich von Ihrem Alltagsstress. Neben der traditionellen Thai-Massage erhalten Sie bei uns zusätzlich noch eine große Auswahl an anderen Massagen. Überzeugen Sie sich von unserer langjährigen Erfahrung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme oder Ihren direkten Besuch. Für dich ist eine gute Korvensfrage, die Seele Lusten kommen, rücken sie euch in ihr bereit. Ihr habt eure Gemüse nicht mehr auf die Welt und der Auge. Die Augen 1.